Musik Deswegen ist der Stumpf. Sind Sie sich am Warnfahren für die Runde auf dem Wink? Ja, jetzt. Grüßt euch, herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind mal spontan auf dem Weg zum Nürburgring. Und ich dachte, nehmen wir euch einfach mal ein Ründchen mit über die Nordschleife. Mit dabei ist heute Tobi. Hi. Und ich glaube, für ihn ist es das erste Mal heute auf der Nordschleife, oder? Ja, nicht das erste Mal, aber ich war noch nicht so oft da. Und jetzt wollen wir heute ein bisschen Spaß haben. Ja, aber Nordschleife an sich fährst du doch jetzt zum ersten Mal mit. Ja, mit dir. Das letzte Mal vor 20 Jahren oder so. Genau. Also im Grunde zum ersten Mal. Und ja, wir gucken mal, wir hoffen mal, der Verkehr hält sich in Grenzen. Wir haben heute Sonntag, aber Wetter ist heute ganz gut. 18 Grad trocken, also perfekte Bedingungen. Und dann gucken wir mal, was so geht. Und der M3 hat einen neuen TÜV bekommen, ganz frisch. Und deswegen als kleines Geschenk darf dann der M3 nochmal ein, zwei Ründchen auf die Nordschleife. Ja, wir melden uns dann gleich nochmal vom Ring. Und ja, bis dahin viel Spaß. Ciao. Ciao. Oh, was denn? Ciao. Mach mal, was ich brauche. So. Kann losgehen. Wir sind jetzt angekommen hier an der Zufahrt und ja, wir fahren jetzt direkt rauf, sofern eine Strecke offen ist. Aber es sieht so aus. Ohne ist auch viel los. Mit Helm. Wo ist dein Helm, Herr Stumpf? Äh, zu Hause. Wir fahren ja ordentlich. Ja. Don't drink and drive. Schon geil, ne? Ja. Ja. Die sind hier in schwarz-gelb. Ja. Geht nur noch dort und dort. Ist die M3-Dreppe oder was? Ja. Jetzt haben wir direkt zwei M3s hier vor uns. So, ab in den M-Modus. Ja. Ja, ne. Wir hoffen, dass hier noch ein Ründchen trop ist. Ja. Wenn nicht dann. Wenn dann noch nicht hat. Ja. Ja. Das hat nicht geglaubt. Ja. Das war dann doch die andere. Und hier. Und Mainz da. War dann doch unsere. Die erste? Ja. Ah, gesagt. Tief, okay. Das ist nicht einfach. Ja. Das ist nicht einfach. Ja. Das ist aber alles noch am Rutsch. Ja, ja. Ja, noch nicht lange drauf. Und schon zwei Unfälle jetzt. Überall gelbe Flagge. Aber ansonsten läuft. Läuft sehr gut. Läuft sehr gut. Ja. Geil, ne? Au. Oh, der war doch geil, ja. Na, höchstisch geil, ne. Halt. Nee. Das war geil, Alter. Ja, das war doch schon. Ja, Verkehr war gut, war nicht so, aber viermal die gelbe Flagge, also ein Motorradfahrer weggeschmissen, dem ging es aber gut, der stand daneben, aber das Mombet war schrott. Dann drei Autounfälle, ein Holländer, die Karre komplett zerledert, aber so ist das halt. Geiles Erlebnis. Solange den Leuten nichts passiert, ist das halb so wild. Spontan wie das Ding ging. Herr Flügel, wie hat Ihnen gefallen? War geil, hat Spaß gemacht. War ein bisschen doof wegen den vier gelben Flaggen, aber trotzdem... Trotzdem eine gute Runde. Prost. Ja, der Ring ist jetzt auch gesperrt, also wir sind gerade rechtzeitig drauf gekommen. Aufgrund der vier Unfälle ist jetzt halt auch gesperrt. Deswegen, wir wollten jetzt noch an Brünnchen ein bisschen gucken, aber dadurch, dass gesperrt ist, fahren wir jetzt halt direkt wieder nacheim. Ich hoffe trotzdem, das kleine Video hat euch so gefallen und... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Und natürlich Daumen hoch, Abo dalassen und haut rein. Prost. Na, schmeckt? Ja, na, da muss es nur an. Was? Du hast es nur an. Ja, deswegen frage ich dich. Schmeckt gut, ja? Ja, Luca. Tschöö. Bis zum nächsten Mal,inya. ять, Warm Liberation S disco